und auf politischen Tiefen können und zwar eben ist in den Play Store als erst mal braucht ihr überhaupt mein Gott dann müsste in den Play Store muss euch die Pocken in den Tito unterladen wenn nicht vor allem entweder kostenlos so installiert öffnet es dann dann geht er auf irgendeine Map die ihr gerade spiel ich gehe jetzt mal auf in my world geht auf arbeiten auf bearbeitetes Eventar sucht euch irgendein Gegenstand aus dem man nicht mehr haben wollt ich will jetzt mal die Bäume ich will jetzt mal diese Steine hier und kann also viel rein schalten 64 dann müsst ihr hier drauf drücken auf den Pfeil und zack ist es gespeichert ne habt ihr die Steine und könnt ihr mitbauen so ich hoffe euch hat das Video gefallen und ähm abonniert mich immer schön und tschüss bis zum nächsten Mal so